was geht ab liebe freunde ich bin's jan und willkommen auf meinem kanal meine frisur ist heute nicht so richtig das video kommt ihr wahrscheinlich an dem montag raus aber es ist gerade sonntag morgens 9 uhr und ich möchte das video noch schnell zu ende drehen bevor ich zu meinen eltern fahr in diesem video zeige ich euch meine neue rezeptur von den burger buns mit dem anderen rezept geht es auch aber meiner meinung nach ist das hier besser und das möchte ich euch hier einmal vorstellen und vielleicht auch darauf eingehen was ich besser machen würde leute ihr wisst alle zutaten stehen wie in meiner beschreibung drin und wenn ihr rezeptvorschläge habt ihr mal an montag oder freitag haben wollt dann könnt ihr mir auf instagram schreiben ich heiße dort johns channel wir fangen direkt an mit dem video let's go wir fangen als erstes an ungefähr 80 milliliter milch mit zwei bis drei teelöffeln trockenhefe zu mischen und geben dann noch ein teelöffel zucker hinzu es ist halt das klassische hefe wasser game aber nicht mit wasser sondern mit milch weil wir etwas süßere brötchen erzeugen wollen die sollen ja süß wie honig und cremig wie hautcreme werden nehmen unsere schüssel mit 250 gramm mehl formen dann eine mulde rein und geben dann teelöffel salz ein esser für zucker ein ei und unsere hefemischung rein das ganze decken wir dann sozusagen ab wie wenn man sich früher am strand irgendwie so eine sandburg gebaut hat und lassen das dann für zehn minuten ruhen nach ungefähr zehn minuten nehmen wir uns ein kochlöffel oder so ein ding was ich zum beispiel hier von tupper habe und fangen an den teig anzurühren ich würde den teig halt immer erstmal ein bisschen anrühren um die konsistenz zu checken dann nehmen wir irgendwann noch ungefähr ein halbes espresso glas das sind knapp 20 bis 30 meter wasser hinzu und fangen an den teig weiter umzurühren damit wir die perfekte konsistenz bekommen wenn ihr jetzt wie ich zum beispiel merkt okay das ist noch ein bisschen zu trocken kann man noch mal ein bisschen wasser hinzugeben und weiter durchkneten solange man nicht die hände schon eingesetzt hat ist das alles noch richtig easy wichtig ist halt dass alles eine masse ergibt und da kein trockenes mehl noch irgendwie rum fliegt oder so wenn wir die perfekte konsistenz erreicht haben und das ist wirklich erfahrungssache und gespür sache nehmen wir ein wenig unsere hände an und fangen an den teig mit den händen richtig durch zu kneten am besten erst ein wenig in der schüssel kneten das mache ich damit der teig nicht direkt auf die arbeitsfläche kommt und die ganze arbeitsfläche klebt sondern damit wir schon mal eine gute basis haben wir können den teig jetzt aus der schüssel rausnehmen unsere arbeitsfläche schön einmelden und den teig dort weiter kneten dabei ist auch immer diese bewegung dieses runtergehen mit der vollen kraft ich habe mir mal irgendwann schulter damit rausgeguckt ich merke jetzt schon dass irgendwas stimmt da nicht aber trotzdem immer kräftig reingehen leute immer rein in die masse wie eine heinekenflasche wie lange soll man den teig eigentlich kneten mindestens zehn minuten also je besser man den teig knetet und nicht wirklich larifari man soll wirklich so richtig reingehen mit der masse das ist wirklich ein abendtraining auch und richtig kräftig durch kneten je kräftiger man den teig durch knetet desto weicher glatter und besser wird der teig am ende habe ich jetzt ungefähr eine stunde bei zimmertemperatur gelagert ihr seht er die doppelte konsistenz bekommen er sieht richtig gut aus im nächsten step müssen unsere arbeitsfläche schön einmelden also sollte wirklich meiner meinung nach kein fleck offen sein wo kein mehl ist wir können den teig auch richtig gut rausnehmen das liegt daran dass ich die schüssel vorher ein wenig eingeölt habe bevor ich den teig wieder rein getan habe dann fangen wir an den tag noch mal ganz wenig zu kneten und formen den dann zu einer runden kugel weil wir den jetzt in gleich große stücke einteilen werden für dieses backblech oder für diese burger bands habe ich zwei normale bürger gemacht und zwei etwas größere bürger bands weil ich mal so ein experiment mit einem xxl bürger machen wollte die einen die etwas größer sind das sind circa 125 bis 150 gramm teig kugeln und wenn den ganz normalen bürger band haben wollte für zum beispiel für den big mac und crispy chicken oder royal ts alle drei videos könnt ihr abchecken die sind richtig geil sind in der beschreibung drin sollte der teigling also die kugel ungefähr 100 gramm haben das ist wirklich die perfekte größe und ihr werdet am ende auch sehen wie die größeren bands aussehen und wie die kleineren bands aussehen wenn wir jetzt also und so ein 100 gramm teigbällchen nehmen dann kneten wir den noch mal ein bisschen durch mit der gleichen technik über den tag anfangs geknietet haben wollen den zu einer runden kugel form den unten so zusammen und haben unseren teigling wenn wir die teiglinge geforbt haben gehen wir die auf dem backblech drauf und dann ist es wichtig die noch mal mit den händen oder mit irgendwas anderem was ihr gerade zur hand habt richtig platt zu drücken und das lassen wir dann noch mal für ungefähr zehn minuten ruhen das hat den effekt meiner meinung nach dass sie nicht so sehr aufgehen sondern schöne burger bands werden wenn man die nicht platt drückt dann können die einfach oben reißen das ist mir halt schon mal passiert eiglinge müssen wir dann noch mit eidotter bestreichen das ist eine mischung aus eigelb und milch damit die oberfläche glatt ist und die sesamkörner die wir da gleich drauf bestreuen werden kleben bleiben teiglinge können wir jetzt bei 175 grad für 20 bis 25 minuten noch mal in den ofen geben das ist ungefähr eine folge scrubs ihr könnt euch also neben den ofen setzen die teiglinge beobachten und ein bisschen netflix gucken wenn wir jetzt die burger brötchen einmal aufschneiden mich hat mir hat sogar einmal jemand immer im tik tok geschrieben warum zeigst du am anfang man sich burger bands macht und dann am ende zeigst du gekaufte burger brötchen leute diese burger bands sind nicht gekauft sehen wenn die gekauft sind man die habe ich halt einfach selber gemacht und die sind wirklich nicht so schwer meiner meinung nach sind wirklich auch nicht die besten aber es ist die einfachste methode sich burger bands machen freunde wenn euch das video gefallen hat gibt dem video daumen nach oben abonnieren kann dann falls noch mehr videos sehen möchte und ich hoffe ihr macht euch die heftigsten burger bands und damit auch die heftigsten burger danke dass dieses video gesehen hat bis zum nächsten mal euer jan haut rein